So schön aus. Hä? Zurück. Diese Stadt ist wirklich nett. Ja. Räuft bei mir. Zoom. So kann ich eigentlich keinen einladen. Das ist schon wieder super. Ja, Muxi. Alles klar. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ja. Eine Insel. Ich weiß, wie sie doppelt sind. Hä? Wieso kann ich dich nicht einladen? Keine Ahnung. Das ist mir. Nein, hier ist Min. Wir testen hier gerade noch ein bisschen rum. Oh Mensch. Wir haben das aber lokalen Modus gemacht, ne? Nein, wir haben es über online gemacht. Oh ja, stimmt. Lokal ist ein bisschen weit weg. Spiel erstellen. Privat. Lass mich erstmal spielen. In Ruhe starten. Obwohl du mich jetzt einlässt. Handicap für Darky 300 Pro. Deine Spielsitzung wurde mir als Spieler beendet. Hab dich auch, lieb Jasmin. Sagst du bescheid. Nun, es in Ruhe. wir kommen zum Monopoli. пой Bu유. fertig, oder? Ja. Ich spiele Bügelleise. Waren wir ready? Ja, ja, eben Rettich. Oh, Rettich. Ich liebe diesen Standteil. Hi, Samu. Hi, Samu. Ich wundere nicht, passt wieder auf. Vielen wir. Sie sind dran. Da kommt das Schiff genommen. Toll, 7 und 7. Läuft bei uns. Nochmal. Was ist ein voller Tag für Monopoly. Zeit für den Handel und den Aufmerksamkeit. Ja, bei dir im Chat. Ja, bei mir im Chat braucht keiner was schreiben. Ich stream nicht. Enter, Nadel. Ja, der Enter-Simulator. Ja, bei mir ist es jetzt ehrlich gesagt eher der A-Simulator. Ich hab's eingestellt. Ich hab'n Control angeschlossen. Danke, Jasmin. Schaffst du eigentlich mit oder mit ohne Monopoly, Mann? Äh, kannst du dich einstellen bei klassischen? Doch, schnelle Variante oder klassische Variante. Dann spiel mir ohne. Ja. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Grundstückbesitzer. Ja, mal kaufen. Das war wieder süß gewürfelt, Hammer. Bleib doch. Ich meine, hab ich ne vernünftige Straße gekriegt. Das ist keine Strafe, das ist ne Warnung. Und? Wer hat denn letztes Mal damit gewonnen? Mal gucken, wie lange diese Runde dauert. Sie haben ein freies Feld erreicht. Wie lange haben wir damit sie gebraucht? Über eine Stunde. Nein, irgendwann muss man das kurz mal eben verschieben, dann seh ich den Chat nicht ganz. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. So gut, noch mal Twitter schreiben. Oh, geil. Ach, gleich. Ach, schon wieder. Ey, großartig. Ich hab' keinen Huppen schreien. Ja, das ist eh wer, Grupper. Da kommt man ja auch so oft drauf. Ich bin umgefallen. Hm, aus Versehen. Aus. Gut. Ey, hallo, mein. Ich hab's gleich abgedrückt. Ich geb dir 50 Dollar dafür. Ja, hat schon. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Boah, kannst du mal bitte den Desktop-Modot aufmachen? Ach so. Nut, Nut, Nut. Ich bin noch nicht zu Hause, oh nein. Ey, meintest du mich gerade mit Desktop-Modot? Oh, schön, dass mein Dings jetzt angehört, obwohl ich, äh, ausgemacht hab. Sie können dieses Grundstück kaufen. Was möchten Sie tun? Ich meinte mein Handy. Ach so. Ja. Das kam ziemlich unerwartet. Ach so. Was ist das? Ach so. Ja. 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 Los, würfeln Sie. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Sie sind am Zug. Oh, mein Bahnhof. Spielen wir. 眉. Möcht. Möcht. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Äh, ich würde das beschreihen noch ein bisschen leisamer machen. Man kann nicht vorhersehen, was einem passieren wird. Huh! Geld ist Geld. ist klar jetzt kriegst du sogar noch eine zweite straße von der farbe ihr zug beginnt jetzt so der autohost von bennys und wenn dieses grüßchen im autohost drin die bank sucht nach einem investor wer wird der glückliche sein es wird etwas gutes passieren ich spüre es zwei felder nach vorne hier gelacht was fällt hinter dir gewesen besen manchmal muss man den preis bezahlen ja das war nicht gewürfelt das war fein gelassen ich hätte gerne meine mietstür bringt zurück das ist aber mit zuschlag ja hallo zinsen nicht bei mir im ohr sondern links aber schlägt sich um es und wer besser ist also wenn zu laufen beim letzten mal gewinne ich wieder mit den bahnhöfen und den hellblauen die wutenkarten für die leute für die sich das auch gehört die zu kriegen erfolgreiche menschen schmieden ihr eigenes glück und das ist jetzt nicht so gut wenn du dich nicht in der ziel der ziel das ist aber ich bin ich bin ich bin ich bin nur noch drauf kommen und die karte ist auch noch frei ja krieg ich wieder du würfelst jetzt einfach nicht rein, dann ist es gut ne ist ne 6 hey runter von meinen hellblauen sie können dieses grundstück kaufen was möchten sie tun da muss ich ja auch lohnen schön dass twitter mir jetzt die benachrichtigung gebrief das feld los das feld los das feld los ja der ist psych die könnte ja mal aufschlagen, jeder kerl wenn man nicht über arbeiten ist arbeiten schmarbeiten sei immer sie verfügen über dem geld um dieses grundstück zu kaufen nicht breite quasi sie sind am zu nur die ruhe hier kann nichts passieren wir haben dann sie haben ja noch geld von mir ja das schöne ist egal auf welches feld ich jetzt komm würde ich könnte ne auktion machen und jedes feld für 15 dollar kaufen das feld los das feld los das feld los ja ja mein gott auch schön dass auch schön dass in deinem zug gerade oben stand dark shadow und die letzte orange ne ja die behält ja auch erstmal schön ich hab auch zwei bahnwürfe ich hab auch zwei bahnwürfe du nase würfeln sie und sehen wir was die zukunft bringt du kannst die orange haben dafür kriegt die hellblaue und zwei bahnwürfe übertreib mal nicht dann nicht ja das ist ein bisschen hoch gewürfen schauen wir mal gehen ins gefängnis nur so viel glück haben 400 dollar in einem zug ja 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 mensch also teuer hier voll der wucher sehen wir was die zukunft bringt schwein schwein was auch immer passiert geben sie nicht auf ein schönheitswettbewerb ja eindeutig da sehe ich mich da sehe ich mich los würfeln sie schwein 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 ja das zum thema schwein 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 Fangen wir mal klein an. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Geld hinzufügen. Warte mal, warum drück ich nicht einfach eine Taster? Warum hättest du nicht einfach die Falltaste gedrückt? Was? Die Falltaste? Die Falltaste gedrückt, halt nicht. Ah! Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Ja, ist doch so klar. Ich lasse dich nicht bauen, wenn ich nicht bauen darf, ich kann es vergessen. Ach, ja. Ich hab' dir gedacht, ich will die hellblaue haben. Sie haben getan, was getan werden muss. Den belast' ich jetzt erstmal mit einer Hypothek. Ja, das mindert natürlich den Verhandlungspreis. Huuu! Das vermindert den Verhandlungspreis bei der Karte. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ja, schönes Grundstück. Ich hab' nicht lange genug drauf gedrückt. Na, wo land ich jetzt? Bei dir. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Seit wann kann man Bahnhöfe ausbauen? Das hab ich mich grad auch gefragt. Oh nein. Wenn ich jetzt Auktion drücke, kann ich das selber mitbieten? Ja, sicher. Ah, okay. Wie viel sind Sie bereit zu zahlen? Boah, Schlossalife, 50 Dollar. Mensch, ist das teuer gewesen, das Grundstück. Sie sind dran. Was? War das jetzt eigentlich gemeint? Nein. Gar nicht. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren heben niemals auf. Mensch, eine grüne Straße blickt und du kommst genau auf die. Tja. Los, würfeln Sie. Wenn die jetzt nicht auf die Straße kommen, können wir billiger geworden. Schauen wir, ob das Glück Ihnen heute ist. Oh. 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 Ja. Ich hatte die Form am Mieterinnahmen. Hat die letzte hellblau. Pff. Naja. Hat er sich selbst umgehauen. Mh. Deine 100 Spielfiguren und Maus kriegst ein Achievement. Mhm. Ich hab Geld gekriegt. Taschengeld. Warte, ich wollt spielen. Nicht. Meine Herren. So gefällt mir das. Jetzt hab ich noch mal freiwillig in den Knast. Pff. Ne. Geht genau los. Oder? Ja. Eigentlich waren wir den Posch. Achso. Noch nicht. Mh. 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 Rücke vorhofft. Die Schlossallee. Rücke vorhofft. Die Schlossallee. Schauen wir mal los. Oder Pech haben. Ach, guck mal. Das ist aber nochmal geil. Finde ich total gut. Sie sind dran. Du kannst die Bahnhöfe nicht ausbauen, Jasmin. Das sagt die KI automatisch, wenn du auf ein Grundstück kommst, was dir gehört. Würfeln sie, und sehen wir, was die Zukunft bringt. Aber das meinte sie auch gar nicht so ernst, sondern eher ironisch. Ja, es gibt ein paar Sachen, die hier drin anders sind, wie die Standardgeschichte sind. Von daher. Sie sollten bauen. Nein. Sie sollten bauen. Ja, das funktioniert. Sollte ich nicht. Sollte ich nicht. Ach. Sie sind am Zug. Hallo, das waren ne 3. Das hab ich ganz genau gesehen. Ja, leg das wieder auf die Pasches an. Geben sie nicht auf. Ach, guck mal. Ne, ich wollte aber nicht. Ich hab den blöden Bahnhof. Ja. Los. Würfeln sie. Tschüss Würfel. Mir gefällt was sie daraus gemacht haben. Total was schönes draus. Ja ne. Ein Bruchbuch. Ja. Sieht so aus, als ob die 3 alleine hier sind. Haben sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ja. Krass einmal um die Karte, um die Dings rum. Was sagen die Karten? Wahrscheinlich nichts Gutes. Gehen ins Gefängnis. Gehen nicht immer los. Oh, schon wo Geld. 50. Da fällt mir gerade was ein. Ich hab auch so ein paar Leute, die mit Zaps so verrückt sind. Und schreibt in 3, 2, 1, ich bin enttäuscht von dir. Vor allem, wie wir alle direkt reagiert haben. Daki ist nicht mehr da. Und sie es wieder überlesen hat. Ja, die hat die ganze Zeit Sachen überlesen. Ja, aber du gehst offline und das liest du natürlich, ne? Ja, das Schlimme ist, dass sie ja auch mir direkt Gute Nacht gewünscht hat. Und ich ja dann auch nachgetragen hab von wegen, nee, ich geh noch nix ins Bett. Weißt du? Geh noch nix ins Bett. Das Glück ist ihnen Holz. Ja. Mal gucken wie lange. Hä? Pfff. Okay. Jetzt sind die Brauen auch schon mal verkauft. Spannend. Dieses Grundstück wartet auf einen Käufer. Werden sie das sein? Hast du eine Logik von Otto? Wieso? Ich weiß nicht. Die haben, die haben Lob. Hä? Mhm. Sie sind dran. Da, 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 da. Da, da, da. Oh nein. Ist klar. Guck mal. Hat sich gleich die Lodi Straße zu kaufen. Ihre Miete ist fällig. Oh, ja. Taschengeld. Oh, besser als nix. Sie sind am zu. Ja, ist klar. Tschüss. Oh, mein Spiel steht. Ah. Kann ich ja mal eben, äh, Essen bestellen. Viel Glück. Pfff. Na. Das ist doch normal, das machen ja die meisten Verzahn. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Schicken ein Teil, was in einen Karton sechsmal reinpasst. Ja, das ist, äh, ich hatte letztens auch eine Tasse drin. Aber der Karton war, äh, so groß, da passten zwei, äh, Schuhkarton, ne, drei, fast drei Schuhkartons rein. Enter Nadja. Habe ich doch. Soll ich die Maus benutzen. So. Das muss drin bleiben. Das muss ich mir gleich nochmal angucken, weil ich das mein Zerpalt hab. Jetzt Enter. Ja. So, ich hätte gerne einmal, hm, hm, hm. Hm. Ups. Wohin soll das mir liefert werden? Zu mir in der Pause? Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Ach. Guck mal, tu nix und krieg noch Geld. Ist voll mein Ding. Los, würfeln Sie. Passt. So darf ich mich eigentlich nicht anmelden. Das finde ich total gut, weil, hm, naja. Suche, Enden. Enter. Habe ich doch. Ihr Zug beginnt jetzt. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Ich hätte vielleicht gerne ne zwei. Du hättest gerne ne zwei. Sie sind dran. Ja. Das war dann mal die 15 Uhr. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du mich deswegen nicht erkennst. Ich war bis jetzt auch noch nicht so auf den Voice Chats in Streams. Stimmt. Es wird etwas Gutes passieren, wie Spiele heißt. Das letzte Mal war... Ha. Was war das denn? Als Flocke mit Dings angefangen hat. Als Flocke mit Dings angefangen hat mit Minecraft. Habe ich übrigens nichts mit... Weil nicht. Natürlich nicht. Viel Glück. Bei Odin. Das war eine Gemeinschaft. Hallo, ich wollte jetzt mal keine Säge. Nein. Nein, das war Odin allein. Habe ich nichts mit... Dass man ne Seeds missbraucht. Hm. Sie müssen den Spieler bezahlen. Hier ist übrigens dein Taschengeld. Hast übrigens sehr viel vom Taschengeld wieder. Ja, offenbar. Okay. Das hatten wir schon mal. So. Hey, das war ein guter Wurf. Ich hab jetzt das umgelegt. Ich hab's auch noch mal... Oh. 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 Komm, ey. Oh. 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 Toaaaaaaaaaah. Tjaaaaaaahhhh. Wir hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Ihr Zug beginnt jetzt. Ja. Tschüss. Queen of Knast. Mhm. Ich hab heute ein Knast-Abo. So Manchmal muss man den Preis bezahlen Das war schön, mein Tippen reagieren, aber der hat wieder die Spielaufnahme. Danke, King Robby, für deinen Follow. Ich mach sofort weiter, ich hab gerade so Danke nochmal für deinen Follow. Ja, ja, ist ja gut, ich war gerade rausgetappt wegen dem Follow, weil OBS wieder die Spielaufnahme vor Tippi gezogen hat. Geh in das Gefängnis, oh guck mal, ich habe Gesellschaft. Viel Glück. Sie sind am Zug. Das war eine 4, das hab ich ja wohl eindeutig gesehen. In. Sie sind dran. Tschüss. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Würfeln sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Hm? Was? 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 Ich hab nichts gesagt. Sie müssen den Schildabend. Wurde gesagt. Ja. Ja, ich hab's auch. Cool. Damit hast du alle roten. Ja. Möchten sie dieses Grundstück kaufen? Mhm. Mhm. Ausgezeichnet. Großartig. Okay. Okay, was läuft denn auch? Hey, Yannis. Du darfst. Du darfst. Wenn du mit den Tricks der empfängst, kann ich auch einen anderen Knopf drücken. Oh, oh, oh. Hallo? Ihr Zug beginnt jetzt. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Können die nur aufgehören, die meisten Straßen zu gehören. Ich hab nichts mehr gemacht. Ich hab nichts noch mit den Schildabend, die zum Thema nicht geschlagen. Oh, das ist sicher. Ich hab jetzt nicht den Schildabend. Das ist richtig. Sie sind die Karate. Kannst du? Wasi? Oder? Wasi? Wo ist denn jetzt? Wie ist das? Das ist es nicht. Ich hab nicht den Schildabend. Wir haben uns das Spiel ausgesucht, was die wenigste CPU-Belastung hat. Wo ist denn, war mir Darkie noch eine Revanche schuldig? Ich habe mich gerade erschrocken, weil das Ding es getuntet hat. Oh! Okay. Wohl das Schiff getuntet hat. Na, hallo, ich hätte gerne diese Pizza. Genau diese. Ah, mein Internet funktioniert jetzt wieder super heute. Ah, ein Tablet. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. Komm schon, ich brauche eine 5. Verdammt! Ich habe mich ein Déjà-vu. Und keine andere. Und keine andere. Diese eine und keine andere. Und irgendwie... Ah, nur Warenkopfanzeigen bitte. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Irgendwie spackt gerade mein WLAN rum. Mal wieder. Ich bin froh, dass mein PC nicht übers WLAN läuft. Spielen wir! Absolut unglücklich. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Spacking, ja. My WiFi ist Spacking. Aber voll! Warte mal, ich habe da alle Ereignisfelder. Und gehe ins Gefängnis. Geh nicht mehr los. Nein, schade. Drei Filter zurück. Okay. Endlich daheim. Komisch. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Oh, darf ich jetzt mir den Dings anzeigen lassen? Oh, das wäre sehr freundlich von dir. Ach, fies! Wer wird der Glückliche sein? Jetzt mal echt. Cool ins Gefängnis. Oh! Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Dieser Staat ist. Sie sind dran. Oh! 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 Manchmal muss man den Preis bezahlen! Mach ich halt wieder aus. So? Faszinierend. Dieses Grundstück steht zum Verkauf. Werden Sie zum Grundstück besitzer. Oh nein. Hallo, ich will doch noch was zu essen bestellen. The struggle is real. Was auch immer passiert, geben sie nicht auf. Ich bin auch immer so gut gelaunt und guck mal aus, ob ich meine erste gute Settelzeiten holen kann. Ich weiß nicht, dass der Physiker hat, der krass, der beste Konzert machen kann. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Klar mit den 8$. Hallo? Die sind 8$? Ja. Jetzt habe ich jetzt runtergescolt, dann weiß es nicht. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Nein, ich wollte das nicht nochmal bestellen. Sie können das Grundstück nicht kaufen. Gibt es eine andere Möglichkeit, es zu erhalten? Ja. 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 Das ist nervig. Sie sind zuhause. Guck mal. Vielleicht sollten Sie bauen. Funktioniert heute wieder alles super, Kappa? Genau, fromm dich. Ist die Musik immer switcht, wenn das auf mich kommt? Versteh ich nicht. Heute gibt's kein Essen, ja, ich merk das schon. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ja, gerade. Kurz, ganz kurzfristig. Sie müssen den Spieler bezahlen. Entschuldigung. Was ist denn hier? Aus einem zarten Pflänzchen wächst einst ein Baum. Verdammt. Hätte ich da mal ein Haus drauf gesetzt. Hm. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Hier kann nichts passieren. Oh. 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 Hey. Ich mach das zum Glück. Wer da. Ähm. was sie daraus gemacht haben nein nicht vorbestellen geben sie nicht auf durchhalten ist der schlüssel zum erfolgen ja, jetzt geht wieder manchmal passieren schlimme Dinge schlaue investoren geben niemals auf beeindruckend sie sind zu hause weiß ich aber warum ich so Probleme habe Chrom Sprint weil ich gerade ran fahre weil ich keine Lust habe ok macht da wieder komische Dinge so erbauen wir unser Vermächtnis spielen wir ihre Miete ist fällig so so sie sind am zu manchmal passieren schlimme Dinge schlaue investoren geben niemals auf ich liebe es Geld zu verdienen würfeln sie und sehen wir was die Zukunft bringt so Essen ist bestellt immer so nebenbei ja ja dann kann ich auch direkt gleichzeitig noch ein Gewinnspieler machen tadaa fünffach Extrapunkte ja toll ist ja nicht so dass ich nicht zehnfach gekriegt hätte für diese Bestellung kurmel nicht gut gar nicht gut zwischen 1445 und 15 Ohren ja ist klar ihr zug beginnt jetzt mir gefällt was sie daraus gemacht haben ja aber die App auf dem Handy ich sollte ja eigentlich meinen dass die schlechter funktioniert als das über Chrom zu machen aber irgendwie hm ja toll pfff ne da noch nicht weil Daki die dritte hat ne da noch nicht ne da noch nicht ach guck mal sie sind zu hause vielleicht sollten sie bauen hm 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 und ja das grundstück ist zu teuer versuchen sie geld aufzutreiben Statt dass er das gleich macht, ne? Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Sie müssen den Spielern bezahlen. Ich hab ja nichts verloren. Ich mach's sofort, ich muss mir grad eben was holen. Ich rolle hier durch die Gegend, gut, dass ich keine Füße genommen habe. Oh, das ist fies, glaub ich, wenn ich den davon das geben darf. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Das sieht böse aus. Ihr Zug beginnt jetzt. Oh Gott. Mach mal krach. Das war für die ganze Zeit schon. Ja. So. Endlich daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Ja. Wie? Ja. Er ist die Zeit. Ja. Ich hab's gut gemacht. Oh, wie helfe. Ich hab's gut gemacht. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel Kleingeld, aber so klein kann ich ihm das schlecht geben. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt komm raus, du bist zum Zingelt. Kann ich, Tür zu. Nee, ich bin geklemmt. Komm durchs Fenster, du bist verschlossen. Es wird etwas Gutes passieren, ich spüre es. Geh in das Gefängnis. Hm, Darkie. Ja, ich verliere wenigstens kein Geld diese Runde. Sie sind am Zug. Krachmacherin, ja es tut mir leid. Ich such grad Kleingeld zusammen, damit ich ihm zumindest ein bisschen Trinkgeld geben kann, aber ich hab fast nichts mehr da, außer ganz klein. Ja. Denken Sie gut über den nächsten Zug nach. So. Okay. Kein Kommentar. Endlich daheim. Ne. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Satz mit X. Ich bleib drin. Freiwillig, ne? Verlängst du auch den Aufenthalt. Verlängst du auch den Aufenthalt. Die Zukunft. Ja. Ich stehe Steuerhinterziehung, da bleib ich noch ein paar Runden drin. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Sie sind dran. Ja. Sie sind am Zug. ich hoffe sie haben glück schade die renovieren karte kommt hast du nicht noch eine kommt aus dem gefängnis karte habe ich auch noch ihr zu beginnt jetzt jemand besitzt dieses grundstück bereits sie müssen miete zahlen sie das gemacht manchmal muss man den preis bezahlen sie sind am zu erfolgreiche menschen schmieden ihr eigenes sie sind voll auf kante sie müssen den spieler bezahlen viel glück manchmal passieren schlimme schlaue investoren geben niemals und ich habe mein geld natürlich ich gehe meine jungs besuchen ja was soll ich denn sagen wir haben jetzt enttreffen heute ich da muss ich ja du bist nicht eingeladen mal lieber steuern ja 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 würfeln sie und sehen wir was die zukunft bringt los würfeln mal lieber eine 2 eine 5 ist auch okay ja klar ihre miete ist fällig viel glück heben sie nicht auf durchhalten ist der schlüssel zum erfolg Manchmal muss man den Preis bezahlen. Mit welchem Spieler möchte ich woher handeln? Was möchten Sie handeln? Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Wird doch nicht genommen, ist egal. Machen wir es halt so? Naja. Du weißt übrigens, dass du mir gerade noch Geld dazugeben wolltest, ne? Ja, ja. Nein. Ich hatte, ist egal. Du warst in deinem Feld nicht gemein? Ich war danach in deinem. Ich habe nur vergessen, Dings zu drücken. Zug beenden. Ja, dieser blöde... Ne, der blöde Controller war aus. Ja, ich war gerade sogar um überlegen, ob ich bei den hellblauen noch was kaufe. Mist, jetzt hätte ich noch mal Miete gekriegt. Mir gefällt, was sie daraus gemacht hat. Ich hätte 10 Dollar gekriegt. Wow. Ich glaube, mit Miriam macht das mehr Spaß. Ja, ja, wir hatten ja jemanden noch angeschrieben, aber der hat sich nicht zurückgemeldet. Ist wahrscheinlich beschäftigt. Ab drei bis vier Leute wird es richtig. Ja. Hatten wir aber im letzten... Hab ich sie an den Last gemacht? Mh... Mit den Warenhöfen. Und den hellblauen. Ja. Die wollen wir jetzt mal nicht dabei vergehen. Nur die Ruhe. Hier kann nichts passieren. Hallo, ich habe geklickt. Danke. Danke. Nicht gut. Gar nicht gut. Toll. Exzellent. Naja... Oh... Wir müssen für die Zukunft investieren. Ich hab mir jetzt jetzt die Chance gehört, dass ich von dir da Mieter passiert. Hier. Mh... Na gut. Oder man schummelt und wirfelt ne... Na gut. Du musst immer noch drauf, ne? Sie sollten bauen. Ah. Wieso? Was sagst du... Sie wollen... Jetzt musst du's jetzt... Was? Sie sind dran. Was auch. Immer passiert. Geben sie nicht auf. Ja... Mann... Ey... Geht ihr hier... Wird teuer da... 50 Euro... Ihr Zug beginnt jetzt. Was? Das ist... Das ist... Das billigste davon. Ja... Das ist jetzt das billigste davon. Wir haben jetzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Die einer... Am Ende ist teurer gewesen. Mh... Mh... Wenn sie zufrieden. Schauen wir. Eine. Ob das Glück ihnen heut ist. hallo wie ist hallo manchmal passieren schlimme dinge 100 10 geld ich würde sagen ja die kugel aus wie ich absteigen und wieder ab auf frei parken doch nicht was sie daraus gemacht haben natürlich auch ihre miete ist fällig ja gut mit so einem bruchbuden kann man auch mal ein bisschen miete zahlen jetzt ist doch mal richtige miete fertig juhu ich krieg 20 dollar aufschlag also eigentlich habe ich gerade 20 dollar zurückgekriegt da kannst du nicht brauchen 30 woher gut gemacht naja das lassen wir mal und nicht anders unglaublich ich habe gehört das ist immer auf die schlosser gut aber die schöne bruchbude ich komme sofort wieder ich kann auch so super allein unterhalter spielen wenn ich nichts machen kann was würdest du euch gerade schreiben wozu du jetzt nichts sagst das würde mich jetzt aber mal interessieren hier ist ein zurück ja ich bin die klinik hat für dich gewürfelt das ist schön für 100 dollar gekriegt ich habe ungefähr das glaube ich hatte keine karte gekriegt weh okay ihr zug beginnt jetzt naja super gewürfelt schön auf die blauen also das sollte der laptop eigentlich mitmachen also so viel leistung fordert das spiel ich bin mal gespannt wann mein essen hier aufläuft und mark knut die ganze zeit wie so manchmal passieren schlimme dinge schlaue investoren geben niemals auf endlich daheim haben sie schon über den ausbau nachgedacht ja ich habe eine hypothek aufgenommen sie sind zu hause sie sollten bauen schauen wir mal ob sie glück oder pech haben ja spiel bis jetzt mit klopf auf holz ok viel glück sie müssen den spieler bezahlen nach mir gefällt was sie daraus gemacht haben würfeln sie und sehen wir was die zukunft bringt hallo das war gestummelt hallo das waren sechs und da habe ich aber ganz genau gesehen sie sind zu hause vielleicht sollten sie bauen mhm mhm so haben wir gedacht mhm 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 Mk Mh chord Das ist eine Erlöser Mk Ich muss mal eine Generalinspektion da mal machen. Hier kann nichts passieren. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Oh nein. Und, und, und? Ja. Genau die erste. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schuss. Ach ja. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Das reicht nicht, das reicht nicht. Scheiß, scheiß. Das ist aber. Ne, ich kann sagen, aber kein Taschengeld. Ja, die paar Dings kann ich, da kann ich, hör mal. Ich hätte gerne meine Miete, danke. Ja, das ist ja schön, das ist ja schön, das ist die Leute aus Fortnite. Sie sind Drago. Erfolgreiche Menschen schmieden ihr eigenes Glück. Ich brauche noch keine Hypotheke aufnehmen. Ich brauche noch keine Hypotheke aufnehmen. Ich brauche noch keine Hypotheke aufnehmen, da kann ich mich direkt von Gott melden. Oh, du hast schon Pause zum Abreißen. Ich brauche noch keine Hypotheke aufnehmen, da kann ich mich direkt von Gott schmieden. Nicht über Essen reden, ich kriege sonst auch wieder Hunger. So. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Spiele des Lebens in der UNO? Ich habe auch beides in die Zeit nicht gelöst. Ja, fangen wir mal mit Spiele des Lebens an. Hä, ich habe auf beides gerade keine Lust. Das ist schlecht. Was haben wir Lust? So ungefähr. Achso, das, okay, habe ich nicht. Bei mir läuft es nicht. Ja. Ich glaube, Dota brauche ich gar nicht starten. Das wäre ja eh nicht mehr. Und das läuft auch nicht, weil, ne? Volle CPU-Auslastung. Das ist jetzt die Frage. Ist irgendjemand live, der man reden könnte? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wen habe ich in der Liste? Man könnte Nadja reden. Ah, lol. Ich habe keinen in der Liste. Ich glaube, wie hast du spielt gerade Minecraft auf dem XMG-Channel? Nö. Irgendwie nicht. Irgendwie nisch. Rocket League geht vom PC nicht. Davon mal ganz abgesehen, wäre ich dann auch, glaube ich, alleine. Und ich will jetzt auch nicht zwangsläufig ein langes Spiel wieder anfangen, wenn gleich mein Essen kommt. Cool, Black screen. Hallo, Sascha. Hi, komisch ist etwas. Ja. Golfit? Ey. Habe ich das noch drauf? Ey. Habe ich dir geschenkt. Zollat. Ich habe es trotzdem nicht mehr drauf. Oh, fiese Möp, ey. Na du, nur wenn mir jemand was geschenkt hat, heißt das nicht, dass ich das auf dem Rechner habe. Tja. Aber wenn du 9 hast, musst du halt gefälligst oder runterziehen, weil wegen ist so. Ja, ja, du mich auch. Ja, ja. Auf dem 9 ziehe ich mir jetzt mal ganz andere Sachen zuerst auf dem Rechner. Ja, ja. Zum Beispiel Balance poppen. Ja. Ich darf das. Ja, du bist ja auch schon alt. Geht halt für mich alt. Ja. Ja. Na ja, geht so, ne? Ich spiel so Apex, Apex Legends. Apex. Bring to 4. Ja. Hm. Okay. Hm. Nicht so frech. Ich darf das. Hey. Was denn? Och Mann, ey, ich weiß nicht, dass ich jetzt noch zocken soll. Ich dürfte jetzt für mich ja schon auf den Voice-Chat geworfen. Das stimmt wohl. Ich spiel Rocket mit Sascha oder wem auch schon mit Darkie? Nee. Nee, nach einer Runde Monopoly kann bis zu zwei Stunden dauern. Und Rocket League müsste ich switchen auf die Play-Z. Und wie gesagt, wenn gleich mein Essen kommt, bin ich sowieso off. Also würde ich dann eher vorschlagen, dass ich jetzt aufgehe. Derweil ist besser. Ich finde, dass ich nicht mehr im Dashboard bin. Cool. Weil eigentlich wollte ich heute ja gar nicht streamen. Nach den fast fünf Stunden gestern. Ich bin ganz abgesehen. Von daher. Und ich bin heute Abend auch wahrscheinlich nochmal live. Wenn dann alles mit Yannis und Co. klappt, gibt's heute Abend nochmal FIFA. Hatte ich ja gestern keinen Bock mehr, nochmal zu streamen. Ah, meilig. Ja, Entschuldigung. Ich werde ja sonst, ähm, keine Ahnung. Warte, ich mach mal das hier. Dann habt ihr zumindest ein Bild. Wenn es dann mitspielt. Ja, totes. Kannst ja Minecraft streamen. Ja, hatte ich auch erst überlegt. Trinkt nur nix. Das läuft wieder nicht. Ja, das kommt doch immer drauf an, was ich nehme. Ach, Vanilla läuft bestimmt, aber Vanilla ist langweilig. Ja, das ist exakt das. Selbst die, äh, also es gibt ein paar Modpacks, die funktionieren, aber, ähm, da müsste ich dann auch wieder gucken, dass ich sowohl das Live-Dashboard als auch, ähm, hier Tippi und Gedöns aufs Tablet packe. Ähm, von daher, eigentlich müsste laut Dings in 20 Minuten mein Essen kommen. Also, würde ich sagen... Ist Nadja eine fiese Möpfe. Ist Nadja eine fiese Möpfe und macht jetzt einfach den Stream aus. Was hab ich denn für einen Delay, ey? Unglaublich. Von mir ist es so gut wie gar keinen. Okay. Na dann. Ähm, gut. Also, folgendermaßen, ähm, wir sehen uns heute Abend. Wenn ich nachher nochmal Bock hab, irgendwas zu streamen, dann mach ich das. Aber dann von der Playsy. Dann bin ich jetzt erstmal raus für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.